Das war gerade meine Mutter, Entschuldigung, so. Euch wird dabei die besondere Ehre zuteil, an vordester Front zu stehen und das Kreuzfahrerherr in die Schlacht zu führen. Ich erwarte euch und die tapfersten eurer Ritter, schnellstmöglich hier in Thüringen, bezeichnet E-Forkas. Alles klar, Frontkiller, Sorka und Kriegsherr, nein, 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 nicht Kriegsherr. Oder diese Frau, oder keine Ahnung. What the actual fish. Ach du heilige Scheiße. Ha, sie hat nur Bauern. Mit Spaß. Von Giforkas. Im Namen unseres Kaisers und Kardinal Lucius. Ja. Im Kreuzzug gegen den Orient. Ja. Zur Verteidigung des Reichs. Allmächtiger, wie in meiner Vision. Mit Freuden schließe ich mich dem Glaubenskampf an. Einer Vision folgend habe ich neue Waffen. Okay, okay, ab sofort hasse ich die beiden. Nee, die wollen was gegen den Orient. Nee, nicht hier. Boah. Als kaiserlicher Vassal ist es eure Pflicht, einige Ritter für diesen Kreuz zu bleiben. Ja, okay, dann suche ich jetzt für dich bescheuerte Ritter. Aber tu wir... Gott segne euch für alles, was ihr für diese Stadt tut. Da ist doch jemand. Da ist... Hier ist noch jemand. Alle Leute, die ich einsammeln muss, sind in blau. Im Kreis. Ja. So. Äh. Wie lange ging die Aufnahme gerade? Äh, das ist... Ich glaube sieben Minuten. Das heißt, wir sind jetzt bei acht Minuten. Äh. Ist da noch einer? Oh, uiuiui. Acht von zehn Rittern. Da ist noch einer. Hier unten. Diese Bauernlümmel sollen Kreuzritter werden? Das ist doch nicht euer Ernst. Doch. Na schön, wenn sich niemand Besseres... Gegen ein gutes Geschäft. Jetzt kann er endlich mal seine Klappe halten. Wie es euch beliebt. Ich war gerade ein bisschen schnupft. So. Na schön, wenn sich niemand Besseres finden lässt, bringt mir eben diese Taugenichtse. Na macht schon! Ja, okay. Ich bekomme regelmäßig... Hä? 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 Wo ist denn jetzt diese Waffenkiste? Ich helfe euch gerne aus. Hä? Wo ist die Waffe... Warte mal. Äh, die Waffen... Und Lanze... Hier, holen Sie... Holen Sie... Bei Lord... What? Ach nee... Es ist ein... Es ist ein... Lordi... Komm schon... Ach, stimmt. Der hier muss da hin. Der hier muss hier hin. An Gifor-Kas-Befehl ist nicht zu rütteln. Und dennoch bin ich überrascht. Es ist gar nicht des Kaisers Art, so kriegerisch gegen fremde Kulturen vorzugehen. Finde ich auch. Es ist nämlich unerbitterlich, wie man sowas machen kann. Aber noch gegen den Orient aufstellen, ja. Ey. Ich glaube, der Kaiser wollte das gar nicht. Er hat ja die Pest angefangen, weil es eine bitterliche Krankheit hat. Er hat ja im ersten Part gesagt. Und davon... Darum vermute ich jetzt, ne? Kommt nur. Es ist ein Kreuz. Ich bekomme regelmäßig Waren. Nun denn. Mein Angebot steht. Wo ist jetzt die Waffenkiste? Alter, kann man sagen... Was also... Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Junge, wie viele Gesichter wollen denn noch kommen? Woher bekomme ich... Hä? Neun, zehn. Zehn eurer besten Ritter. Rechnet besser nicht mit ihrer Rückkehr. Alles klar. Er will also straß mit dem Orient. Kann er knicken. Wo ist denn jetzt die Waffenkiste? Da, Haupt... Nein. Genau. Okay. Es ist ein Kreuz mit diesem Kreuz. Ach so. Ist alles hier unten. Ha, jetzt hab ich's. So, und damit würde ich auch sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haut rein. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.